Ja, Servus an alle. Heute mal wieder ein kleines Update von der Baustelle. Wie ihr seht, die Wände sind auch jetzt langsam gestrichen, die Tapeten kommen jetzt auch drauf, die Böden, die Fliesen, alles macht so langsam Fortschritte, wie man hier in meiner Dusche schon gut sehen kann. Es sind schon schön, meine grauen Fliesen sind jetzt schon dran. Und ansonsten, es geht peu à peu voran. Wir haben jetzt schon September, bis Ende des Monats soll das Ganze hier fertig werden. Ich kann es wirklich kaum erwarten, hier im Oktober einzuziehen. Ich meine, meine alte Wohnung habe ich zu Ende Oktober schon gekündigt, also irgendwie muss es hier reingehen. Aber Highspeed-Arbeit ist hier jeden Tag dran. Und insofern, wenn ihr sehen wollt, wie das Ganze hier weitergeht und was hier alles so in kurzer Zeit passiert, schaltet ein in den Blog. Ich freue mich auf euch.